Musik Da seit 2004 das gesetzliche Sterbegeld weggefallen ist und eine Bestattung eine hohe finanzielle Belastung mit sich bringt, kann jederzeit persönlich Vorsorge getroffen werden. Dies kann über eine Sterbegeldversicherung beim Bestatter erfolgen, wo Sie monatlich Geldbeträge einzahlen können, aber auch mit einem Einmalbetrag die Absicherung tätigen können. Es besteht auch die Möglichkeit, bei der Deutschen Bestattungsvorsorge Treuhand AG Gelder einzuzahlen. Die Höhe dieser eingezahlten Gelder können von Ihnen bestimmt werden und das Geld wird verzinst angelegt. Die Stadtsparkasse Wuppertal bürgt für Ihr Geld und in diesem Vertrag ist auch eine Auslands- und Kohlversicherung beinhaltet. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020